Eigentlich ist schon die Zeit und auch unsere Maße Energie sind viel mehr zeitfrei und auch raumfrei, als wir uns dessen bewusst sind. Es hat von Ihnen noch niemand Energie gesehen. Ein Pferd weiß nicht, was eine Pferdestärke ist. Und trotzdem hat es eine Pferdestärke. Wir können die Energie genauso wenig direkt erkennen, wie wir Gott nicht direkt erkennen können. Für die Erkennung der Energie, da genügend Instrumente, Ihr Stromzähler zu Hause im Keller bei Ihnen, der misst die Energie, damit Sie wissen, wie viel Energie Sie brauchen. Aber um Gott zu erkennen, gibt es etwas sehr viel Schöneres, nämlich es gibt den Glauben. Der Glaube ist also der Stromzähler Gottes. Und die Höhe der gezahlten Kirchensteuer zeigt Ihnen ganz genau, wie viel Sie von Ihrem Glauben im Monat verbraucht haben, beziehungsweise wie viel von unserem Geschwätz Sie dann doch wieder einmal geglaubt haben. Wenn Sie dazu noch die Finger in die Steckdose stecken, dann können Sie die Energie Gottes sogar noch spüren. Mir kommt das sehr gut. Ich mache das täglich mehrfach seit meiner Geburt vor 42 Jahren. Ein Pferd weiß nicht, was eine Tiefkühle Lasagne ist, aber es wohnt trotzdem darin. Ein katholischer Priester weiß auch nicht, wozu der kleine Piephahn unter seiner Soutane so alles verwendbar ist, aber er lässt die Ministranten trotzdem manchmal daran ziehen. Und deshalb ist genau wie der Strom aus der Steckdose auch der Glaube aus der Kirche zwar für Pferde unsichtbar, aber trotzdem nicht umsonst. Denn je mehr Sie uns zahlen, desto doller mag Sie auch der liebe Gott. Amen.